So, und damit heilige Leute, herzlich willkommen zum nächsten Mal wieder auf den Bremsenzplatz. Wir haben vor 1001 Zett. So, und wir sind ja auf diesen Weg, oder wie immer zum letzten Jahr, das war aber auch ein paar Jahre alt. Das ist also für Saat. Oh Gott. Das ist Saat. Da ist das auf dem Weg auf den Weg zu Feld 17. Da haben wir ja eine Mission. Ach, das ist ungewohnt, ne? Feld 17 ist da. Und, äh, bekomme ich dann am besten hin, wenn ich fahren. Ich rufe von der Seite. Da haben wir nämlich ein Auftrag mit Sachen. Muss ich ja im Prinzip über den Trecker um ihn juckeln. Digga, ist das dein Ernst? Bis da. Das ist eine große Herausforderung. Aber ich muss unbedingt was einstellen, das nervt mich ja sogar, wo ist denn die Skalierung hier? Das ähm. Oh Gott, das ist es. Untertitelung. BR 2018 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 Nerva, oder? Das beginne ich gar gerne. Ach, hier nicht. Soll ich jetzt mal die Straße hier wegdenken, dann gucken wir mal die Visette, so schön mitten in der Pampa. Oh du alter! Ja, tschüss. Lass, Lass, Lass. Ich kann auch nicht mehr sehen, dass ich das nicht mehr sehen kann. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020